Feuerti und zusammen, herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator, was wir eigentlich viel lieber spielen würden. Hä? Warte, was? Gesundheit? Gesundheit? Ja, wie schön. Nein, herzlich willkommen zu Invasion, dem Horrorprojekt auf YouTube. Wo niemand uns was Gutes möcht. Niemand. Vielleicht doch, und du hast es nur nicht mitgekriegt. Du tötest ja immer alle, die grün sind. Ja, Katze auch. Moment, Katze auch. Immer. Du hast jetzt vier getötet, die grün waren? Ich habe zwei getötet, die grün waren. Ich weiß nicht, wie ich getötet habe, die grün sind. Fies. Eindeutig mehr getötet. Nein. Nein, nein, hau, hau. Hau, nein. Oh, natürlich können wir das nicht mischen. Bei Mission Impossible. Stilt nur für einarmige Dealer. Okay, Miri, ist Nacht, ist Tag, Katze? Komm, Miri, ist Tag. Gehen wir wieder auf Reisen? Wir müssen zurück in das Dorf. Ja. Aber nur, wenn die Sonne jetzt nicht sofort untergeht. Ich habe es fertig. Sie geht bald unter. Auf geht's. Oh, Leute, wir haben dadurch jetzt wirklich tausende Sachen fertig. Das ist aber doof. Wir müssen wieder runter. Kann sagen, wir müssen ganz viel abgeben. Traurig. Oder habt ihr die ganzen Sachen schon abgegeben? Welche? Warte, erst mal gucken. In der linken unteren Ecke. Das habe ich alles fertig gemacht. Bei was denn? Unter welchem? Ich habe oben vor alles jetzt fertig gemacht. Yay, da fehlt uns jetzt bei Survivalist nur noch eine Sache. Was fehlt uns denn jetzt bei Pick One? Fehlt uns jetzt ein Bakeware oder ein SoSpan? Ich habe die Bakeware genommen. Dann nehme ich die SoSpan, so kann es schon mal nicht fehlen. Und die habe ich rausgenommen, weil ich das andere Ding schon eingesortiert habe. Ding, ding, ding. Sag mal. War nur XP. War nur XP. Ja, das heißt, wir haben bei Survivalist den wir fast durch. Es fehlt nur noch eine einzige Quest. Oh krass. Ja, die kriege ich easy fertig. Ja, die Teile haben wir schon gecraftet. Da fehlt nicht mehr viel. Ja, das fehlt nur Obsidian. Ja, ja. Das hatte ich halt nicht zu dem Zeitpunkt. Ja, können wir machen. Easy. Dann ist das durch. Aber hilft es uns auch nicht so viel. Wir müssen noch eine Stadt gründen. Ja. Lass uns eine Stadt gründen, die die ganze Zeit überrannt wird von irgendwelchen Idioten. Yay, die Sachen anzünden. Ja. Das ist ein witziges Spiel. Hurra. Witzig, witzig. Ein witziges Spiel ist das. Dreh, dreh, dreh. Ich meine, wenn man ständig Angst haben muss, dass irgendwas kaputt geht. Dieses Gefühl ist schön. Grandios sogar eigentlich. Vor allem denkst du, du bist sicher in einem Haus und dann wirst du abgefackelt. Der war nicht. Ich bin für den Rest meines Lebens traumatisiert. Nie wieder. Aber was bin ich froh, wenn wir dieses... Also, ich bin echt froh, wenn wir dieses Projekt hier irgendwann durch haben. Guck mal, es war noch von lange hell. Paranoid. Hallo, Freunde. Wie viele Typen stehen hier draußen, denn das ist ja nicht normal. Was sollst du fertig? Die Quest. Wir haben durch. Yay. So weit, wir müssen alle durch. Nice one. Kriegen wir was dafür. Nee. Crapping fehlt uns halt noch. Da brauchen wir Dias. Ja, aber Dias haben wir nicht so viel bisher. Au. Ah, zehn Stück. Mit ein paar Nuggets. Wir können auf jeden Fall ein bisschen was machen. Ja, aber sicher, dass du dafür das ausgeben willst. Die Frage ist halt... Consumpt das? Weil wenn nicht, dann können wir im Moment... Nee, ich hab noch keine Quests hier gehabt, die irgendwas konsumt hat. Dann kann ich aus einer Chessplate zum Beispiel wieder sechs weitere Dias zurückkriegen. Zusätzlich noch zu dem, was wir da haben. Wie? Durch die Segment. Ach so. Leute, ich mach hier jetzt einfach kurz die Quests noch mit. Ich fang einfach bei der Rüstung an. Ist schon Tag? Ich fang gerade Nacht. Fies. Gibt uns zum Beispiel 16 Nuggets noch. Da haben wir zwei Dias wieder raus. Zwei Dias, die wir raus haben. Plus das da rein. Möchten wir ein wenig besser kommen? Ach, du ahnst es nicht, ey. Es ist schon ziemlich knapp mit den Diamanten. Also wir haben wenig Dias, das ist schon richtig. Ja. Aber wir haben jetzt... Wir haben gerade gestartet mit zehn. Und sind jetzt wieder auf zehn. Ja, aber du darfst nicht vergessen, wir kriegen ja auch noch Miri und ich, ne? Nicht nur du. Ah ja, stimmt. Dann machen wir sogar wahrscheinlich Gewinn. Wenn ihr mir die Nuggets gibt, dann kann ich wahrscheinlich alle durchmachen. Äh, wo sollen wir die reintun? Äh, einfach in die eine Sortierkiste, dann hol ich sie dann gleich raus, die Nuggets. Okay, Miri, hast du gehört, was du tust? Nein. Die Quest abgeben, wo es Diamanten-Nuggets gibt. Und dann hier in die eine Sortierkiste zu tun, weil... Das ist ein Drehding, Dreh, Dreh, Dreh. Dreh, Dreh, Dreh. Guck mal, Miri. Guck mal. Guck mal, guck mal. Dreh am Rad, Dreh, Dreh. Fies. Oh, traurig. Dreh am Rad, Dreh, Dreh, Dreh. Fies. Dreh, 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 Dreh nein so kommst du nicht davon stelle ich dahin in die ecke und gucke an die band und hör auf zu niesen da sind hier drin wenn eine feine katze über seine böse dreh 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 fiese katze wer von euch hatte ich die hausam und die hausam und ich gehabt hat er sicher doch ich bin mir sicher guckt auch hinten in die rüstungskiste eine rüstungskiste überraschenderweise so wie kisten und die sind jetzt schon alle voll das ist das traurigste daran eine pferde rüstung hier drin aber keine einzige ja mitgenommen haben wir sich aber da war wirklich kein dia pferde rüstung schon wie der tag nein ein bisschen nein ein bisschen das wird gerade erst nacht aber es wurde schon vor fünf minuten gerade erst nach die nacht war auf einem guten weg jetzt überwärts gerade mitternacht was dreh 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 was denn verlor mich voll erschrocken wauer er extr работать ist schön draußen nein wie sie sich hast du das erste mal einen negativen effekt von was zu essen bekommen? Nein, schon öfters. Aber warte mal, da viel Zeug. Tschüss Katze, warum bist du gegangen? Weil da was fehlt. Wo fehlt was? Ist das Zeug aus dem Crafting Table, wenn er kaputt geht, weg? Eigentlich nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Mir lag es dann immer noch daneben. Es ist fort. Was ist fort? Alle Dias. Nein, nein, nicht alle Dias. Katze, dreh, dreh, dreh. Das sind nicht alle Dias. Das war nur Holz. Er wollte eine Kiste bauen. Was? Was ist fort? Im Teppich liegt es auch nicht. Katze, was hast du verloren? War nichts Wichtiges, oder? Was du verloren hast. Katze! Ich habe gesagt, du darfst nichts Wichtiges verlieren. Warum habe ich gerade zu... Warte, wo sind die hin? Ist das normal, dass die weg sind? Kann sein, dass das aktuelle, was man craftet, verschwindet. Aber bei mir war das nicht. Ja, ich mag gerade ja meistens mehrere Sachen gleichzeitig. Sagst du mir, ich habe diese scheiß Pferderüstung gemacht? Anstelle erst mal die einfachen Sachen. Nein. Habe ich nicht. Siehst du aus? Dreh, dreh, dreh. Herzlichen Glückwunsch. Peace, peace, peace. Unsere Sachen sind alle vorne. Ist schon Tag? Ich denke, ich hasse mein Leben. Und Katze. Oh, und Katze. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich weiß halt wirklich nicht, ob das jetzt gerade im Bug war. Leute, schreibt mir das bitte in die Kommentare, ob das hier im Bug ist oder nicht. Oh, Miri, es gibt ganz viele neue Diaz. Yay, 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 yay. Warum? Weil Katze Quest gemacht hat. Was für Quest? Schaufel, Spitzhacke und so ein Zeug. Haben wir auch fast durch. Fehlt auch nicht mehr viel. Was ein bisschen problematisch ist, sind diese Magic Books. Das ist schwierig. Und nur noch eine Pferderüstung brauchen wir. Void Kristall und Leder. Oh Mann. Atomic Reconstruction. Das ist ja schon wieder, brauchen wir doch schon wieder ohne Ende Stroh. Stroh? Stroh. Warum brauchen wir da, warum wollen die, dass wir so eine High-End-Maschine bauen? Direkt am Anfang. Sind wir noch direkt am Anfang? Nee. Wir sind noch ziemlich weit am Anfang. Nicht mehr ganz so schlimm wie am Anfang, aber. Claudi? Ja? Ja. Danke, Töne. Bitte, Töne. Aber nächstes war das Putt. Ich bin blaul, ich kriege Sachen geschenkt und beschwere mich dann drüber. Nein, das bin ich. Ich bin mal Louis. Ja, ich bin mal Louis und beschwere mich mal Sachen, die ich geschenkt kriege. Ich gehe das jetzt dem Gegner bringen. Okay. Nein, nein, nein. Nein, nein, nicht das Dreh, 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 Dreh. Nein, fies, fies, fies. Die Gegner freuen sich. Jetzt lassen sie doch auch gehen. Warum will er den Dreh, Dreh, Dreh weggeben? Nein, das ist fies. Die freuen sich. Nein, nicht Dreh, Dreh, Dreh abgeben. Wir brauchen auch ein bisschen Zeug. Ich glaube, wir gehen nicht raus. Oh. Hi. Hallo, Freunde. Wie geht's euch so? Hier, da hast du das Ding. Fies, fies, fies. Das ist Pressung. Nö, das ist eine Aufgabe. Wo ist der Große mit meinem Dreh, Dreh, Dreh? Oh, nochmal zwei, drei, 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 drei. Geh mal ein Dreh, Dreh, Dreh. Haben wir ein Dreh, Dreh, Dreh. Ist fort? Nein, ich habe ein Dreh, 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 wieder. Lass mir doch mal Dreh, 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 nicht glauben. Hi. Hallo. Ich habe Laudi dazu gebracht, heute noch mal rauszugehen, obwohl er gesagt hat, er tut's nicht. Ist bald wieder Tag? Ich glaube, jetzt nix in Planung gerade so einen Tag machen. Ist das eine Ente? Ein Turkey steht dran. Ja, fast. Auch für jemand ein Radikal. Für jemand ein Radikal. Fies, fies, fies. Diese ganzen Skins hier, ne? Er hat auch in den Kommentaren geschrieben, das ist mein Skin, das ist mein Skin. Irgendwann kommt bestimmt ein Baloui-Skin, wenn wir nur lang genug waren. Ja. Hoffentlich. Fies. Stell dir vor, wie creepy das wäre, wenn dann so ein Katzen-Skin runterlaufen würde und du merkst das nicht, dass das ein NPC ist. Wir würden uns nicht wieder auf den Weg trauen. Guck mal, es wird gleich Tag. Wir können gleich gehen. Nein. Aua. Was machst du? Ich hab ohne Ende Zeug, also muss ich da Dreh, 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 Dreh bringen. Ja, aber was hast du gerade geschlagen? Äh, ich hab Sachen eingesetzt. Loot, Mobloot, kommt auch direkt in die Kiste für Mobloot. Brav. Baloui ist mal wieder Mitspieler des Tages. Herzlichen Glückwunsch, Baloui. Ich hab das Gefühl, einer ist hier besser beteiligt als der andere, was das angeht. Ja, verstehe ich auch gar nicht. Gibt halt arrogante Typen hier. So, kommen wir los. Wenigstens bin ich nicht so blöd und stelle mein Server auf Auto aus. Als ob ich das machen würde. Okay, ich save mich jetzt. Nein, ich schalte das Save und jetzt aus. Ich, Baloui, Server. Gehen wir? Nein, ich speichere jetzt. Einfach aus Prinzip. Okay, wir gehen. Soll ich hier noch zumachen oder lassen wir das offen und lassen die Typen hier rein? Ich hab's nicht an das verdienen. Als Überraschung für Katze. So, wohin müssen wir? Gehen wir wieder Richtung Norden? Weiß ich nicht. Wo wir letztes Mal waren. Na, mir hat das da nicht gefallen. Dann gehen wir nach Osten. Hier über das Grüne. Durch die Wilderness. Nicht durchs Wasser. Wir brauchen unbedingt... Das sind Ratten! Die tun dir im ersten Moment nix. Wir brauchen Kakteen. Das ist ne Quest. Ja, die gibt's bestimmt in der Wilderness. Oh, hier ist jemand. Hallo. Und die sind auch Kisten. Hallo. Oh, der wird für ein Piranha gegessen. Los, go, go, Piranha. Da ist es im Wasser. Los, Piranha, Piranha. Piranha, falsch Richtung. Also, wenn die uns angreifen, sind die immer viel besser. Ja. Hahaha. Er geht jetzt auf dem Piranha los. Piranha, 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 uhuhu. Und was zum. Boah, ernsthaft. Und er heißt auch noch Fisch. Er hat Fisch im Namen und er tötet er einfach Fisch. Was ist los mit dir? Echt mal. Wenn das Ganze mitkriegt. Wer bist du? Flixbus. Flixbus? Irgendwie so. Guck mal, in das Grün gehen wir da in die Wald. Flixbus ist ja ein ziemlicher beschissener Laden, ja. Äh, naja, also wir sind eigentlich froh, dass es die gab. Also, ich kann da jetzt nicht zustimmen. Mirj und ich haben uns nicht so oft gesehen. Zumindest die Strecke, die ich fahre, ist immer gut. Ja. Also, wir haben sie damals am Telefon sofort gesagt, dass ich zwei Sitze buchen kann. Wegen meinem Übergewicht. Dass mir der zweite Sitz zu meinem Preis angesagt wird. Und ich hatte extra zwei Sitze gebucht. Und der Busfahrer hat es dann aber nicht eingesehen. Und hat gesagt, entweder ich zahle für den zweiten Sitz jetzt nochmal nachträglich den Vollpreis. Oder er setzt jemand neben mich. Wie er setzt jemand neben dich? Ja. Ich hatte darauf bestanden, dass sie den Support anrufen sollen. Eigentlich, also eigentlich. Miri, Drohne in Manchmarsch. Au. Eigentlich rufen die da dann auch immer schnell an, wenn irgendwas ist, wenn irgendwelche Sachen sind. Musst du nur diskutieren mit denen. Nein. Entschuldigung. Du hast doch gar keinen Schaden gekriegt. Das ist so ein Wetter. Mir auch. Raus vom Ballen, dann komme ich her. Na ja, da kommen alle raus, ey. Guck nur mal, was da drin ist. Ich halte die anstürmende Horde auf. Eine ganze Menge Bandagen war drin. Warte, schon mal ruhig. Geht weg, Supergirl. Du siehst zwar hübsch aus, aber nein. Aber nein. Aber nein. Masi war übrigens heute hier, ne? Ja, stimmt. Du warst. Cool. War ganz cool. Ist immer so strange, weil man sieht sich ja so selten. Und dann ist man immer so, von einer Sekunde auf die andere geht er dann immer wieder. Dann sind wir weg. Hallo, Tschüss. Er war da, ist hergefahren. Wir waren irgendwie vier Stunden irgendwie zusammen. Oder viereinhalb Stunden. Ihr seid einfach echt düst. Da ist Kaktus. Es leckt. Okay. Alles gut. Ja, wir erkunden gerade die Map. Das ist dann leider noch. Es leckt zu Tode. Deine ist eine Workbench. Kaktus. Da hinten ist ein Steinhaus. Da gehen wir hin. Ich meine, es wird ja sowieso bald wieder Nacht. Wo haben wir denn die empty Cartridges drin? Keine Ahnung. Ja, okay. Stell schön. Wo ist so brauchen wir das Magic Teller, Katze? Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Was soll Magic Teller sein? Wie heißt Magic Teller? Weiß ich gerade nicht. Bring's mit. Klingt cool. Nee. Also ich meine, nee, klingt nicht so cool. Günther, spring mich nicht an. So nicht. Das sind zwei Hunde gespawnt. Wo? Da. Oh shit. Guck mal, ich mich drum. Ist man den da? Jetzt die Hundis. Noch Fragen? Da kommt der Feuerwehrmann, der dich retten will. Oh, okay. Brauchst du ein Herz? Äh, ja. Auf 16 Schubs. Hier, ich kann nicht alles looten. Ich hab schon wieder Inventar voll. Da liegt ein Herz. Ja, ja, ich hab's gehört. Dankeschön. Du hast gehört. Das Herz. Ja. Tuck, 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 tuck. Dir gehört mein Herz. Weißt du, was das Gute an dem Stein ausleiten ist? Das können sie nicht anzünden. Das stimmt gar nicht. Das hält die doch nicht bei Herausforderungen. Guck mal, die schlagen sich hinten gegenseitig. Ja, aber wie schade. Hä? Einer von denen ist bestimmt grün. Ist einer von euch grün? Na, alles ein Tod. Okay. Da ist ein Bär gespawnt. Düh. Wieso sind da Loot Drops? Hast du den gerufen? Ja. Ah. Fies. Hä? Wer wird zu Tode gehauen? Äh. Soll ich den Bären aufhalten? Nö. Macht ihr nichts. Wir gehen einfach zum Haus. Ja, okay. Du hast das Dosenfutter vergessen. Na, von wegen, der macht nix, Miri! Oh, pfff. Hm. Kacke. Was zum? Hab ihn, hab ihn. Warum hat denn mein... Ach, ich bin leer. Hahaha. So. Ich hab mir nicht nachgeladen. Was ist das? Da ist noch irgendwas anderes am Horizont. Cool. Was ist das hier? Das sieht aus wie eine Arena oder so. Das sieht aus wie ein Hangar. 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 Pferderüstung. Was sind Woodcasings? Hä, die sind aus Eisen? Was ist denn Gilded für ein Material? Kann man Kompost daraus bauen? Und ESD-System. Hä? Gilded ist ein ziemlich gutes Material. Okay. Meine Rüstung ist ausgelt. So, die Zickartel hat noch was fertig gekraftet. Miri, weißt du, was mir an diesem Raum hier nicht gefällt? Was? Dass er offen ist nach hinten raus. Ist schon okay. Vielleicht für dich. Für mich eher nicht so. Für mich ist das okay. Hm. Können wir jetzt aber okay nochmal unterhalten. Okay, wir brauchen... Habt ihr eigentlich bis heute irgendwann mal einen Kaktus gefunden? Ja, hab ich. Ja, haben wir gefunden gerade. Hab ich im Inventar? Zeh das nicht. Wir sind gerade auf Erkundung gewesen, um welche zu sammeln. Das ist cool, weil den brauchen wir. Oh, ich brauch noch einen. Miri, hast du noch einen? Ich hab hier eine ganze Menge. Ja. Komm her. Klein Bolt! Hier. Hier. Wo ist hier? Ich muss den Lootdrop abholen. Der ist wichtig. Ich weiß ja nicht, ob du... Bei mir. Warum bist du denn da oben? Dankeschön. Was eine geile Tür ist denn das? Ja, ich hab's gehört. Eine mit so einem Schraubding. Nimmst du sie mit? Ich glaub, ich konnte sie nicht. Ich hab nur Dino-Pimp-Spray bekommen. Was? Ich weiß das auch nicht. Storeshelf. Muss nicht langsam mal jemand was machen? Weißt du schon? 22 Minuten hab ich schon. Oh. Oh, stimmt. Dann würd ich sagen, Leute, war's das mit der heutigen Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Ich komm morgen wieder, da gibt's dann die nächste Folge. Guck mal Miri Katze vorbei. Miri und Katze. Miri Katze. Bis dahin, macht's gut. Und vor allen Dingen, bleib schön feurig. Tschüss. 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 Vielen Dank.